Herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Google Games. Ja, heute kann man, wie ihr seht, Fußball spielen, genau gesagt, Elfmeter schießen und ich bin der Torwart. Ich drücke einfach mal auf Start. Ich kann mich mit den Pfeiltasten bewegen. Oder mit der Maus und wenn ich klicke, springt er hoch, der Torwart, wo ich nichts mache, bleibt unten. Jetzt muss ich eigentlich nur die Bälle halten, mehr ist das nicht. Das sind wirklich sehr einfache Spiele, wie ihr sehen könnt. Bam. Bisher läuft es perfekt. Unglaublich, wie ich sie alle halte. Das ist wirklich spitze gerade. Oh, und einer ist durchgegangen, einer ist durchgegangen, einer ist durchgegangen. Noch einer. Upsi. Ja, bei den hohen Brotbellen habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Versuche ich es denn doch einmal. Und auch noch einmal. Na, es läuft, es läuft, es ist, ähm, ich bin auch noch ein bisschen träge gerade, tut mir leid, Leute, wenn ich nicht so viel spreche, ich bin ein bisschen müde, es ist noch früher am Morgen, naja, relativ. Ähm, ja, ich denke mal, das reicht auch schon wieder mit, ja, das war's mit dieser Folge von Let's Play Google Games, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt sie in die Kommentare, ihr könnt immer euren Score posten, ja, wie ihr wollt. Hold on.